Was soll mit roter Lebensmittelfarbe? Oh, hier auch. Wow, da hat aber jemand große Füße. Und hier ändert sich das Bild. Waren wir nur eingebildet? Ja. Nee, geht's grad nicht. Ist grad schlecht. Das Bild ist untergefallen. Das Bild ist untergefallen und zeigt eine Frau. Ah, es ist ein überdimensional großer Wasserhahn, möchte ich nochmal anmerken. Und hier ist eine Zahl. Was ist das? 5, 3, 2? Wenn ich das jetzt richtig sehe. 5, 3, 2. Küche. Heißt das, wir müssen in die Küche? Boah, ist das abartig. Ist das abartig. Oh Gott. Ich kann nix machen. Ich kann grad nichts machen. Oh Gott. Ey, ich muss ja hingucken. Ich spiel's ja. Huch. Scheiße. Oh, tut mir leid. Wo mach ich denn das Licht an? Ich mach doch hier irgendwo bestimmt das Licht an. Huch. F. F macht das Licht an raus hier. Raus. Oh. Das ist auch neu. Drei Striche, drei Striche. Was mach ich jetzt? War das auch schon da? Das weiß ich jetzt gar nicht. Da vorne liegt immer noch was. Das find ich nicht schön. Ich kann mich kaum bewegen. Ich krieg die Tür nicht auf. Ah, doch jetzt. Oh mein Gott. So ne Figur. Geh weg. Fall um. Fall um. Fall um. Tu's einfach. Fall bitte um. Fall doch einfach um. Was? So. Hier rennt jemand weg. Oh. Rauchmelder, Rauchmelder. Küche. Küche, genau. Da war was mit der Küche. Irgendwas ist hinter mir. Irgendwas ist hinter mir. Irgendwas ist hinter mir. Ich muss mich umdrehen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, okay. Ja, 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 ja. Oh, hier ist ein Feuer. Hier ist ein Feuer. Und you leave. Was war das? Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Wo kommt das hier? You leave. Ja, ich möchte hier liefen. Und ich glaube, ich sollte hier jetzt auch liefen. Oh Mama. Ist denn hier los? Da steht noch was. Ich weiß, ich muss noch um. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Aber ich will kurz wissen, was hier los ist. Haus ist evil. Hand. Hi. High five. Haus ist evil. High five. Deck hier. Deck hier. Deck hier. Das ist das Handy. Ich habe nur noch zwei. Ich muss eigentlich nach oben. Ich muss eigentlich nach oben. Ich muss eigentlich nach oben. Das ist mir sowieso gerade ein bisschen zu crazy hier. Ich muss so oder so nach oben. Oh nein. 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 Das war keine Gute. Ich hätte nicht ans Handy gehen sollen. Ich versuche auch hier die ganze Zeit jetzt noch zu rennen. Oh mein Gott. Da war irgendwas auf dem Fernseher. Ich konnte es nicht sehen, weil wir müssen wieder zurück, weil sonst ist das Spiel nämlich vorbei. Okay, fast geschafft. Fast geschafft. Fast geschafft. Ehe. Lauf. Ehe. Oh mein Gott. Eben was ist noch kaputt gegangen. Ah, okay. Also wir sehen, da unten qualmt immer noch was. Ich weiß nicht, was es ist. Jetzt hören wir wieder Schritte. Und irgendwelche Lichter sehe ich gerade am Boden. Weiß es gar nicht. Standen die Stühle gerade auch auf dem Tisch? Auf der rechten Seite? Ich glaube nämlich nicht. Okay. Wir leben noch. Don't sleep. Mit Rosenblättern? Ja, ich muss schlafen. Tut mir leid. Ich muss schlafen. Geht weg. Geht weg. Oh Gott. Ich soll weggehen. Fall um. Fall um. Was sind die hier? Die klopfen die ganze Zeit an. Nein, ich will gar nicht ins Bad. Ich muss das Licht anmachen. Oh. Jetzt habe ich es ausgemacht. Ich sehe noch alles so weit. Okay. Oh mein Gott. Was? Ich konnte mich nicht bewegen. schwarze Haare. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr schlafen. Danke, schwarze Haare. Ich hätte lügen sollen, dass ich das einfach morgen spielen soll. Tags mal. Und hier? Und hier ist jemand hochgelaufen. Ist mir aber gerade egal. Oh, oh, Fernseher. Fernseher wollte ich gucken. Das ist noch an. Der ist noch an. Das ist gut. Das ist gut. Von wem habe ich diese E-Mail-Mail gekriegt? Ich muss den... Wo ist der Alarm? Wo ist der Alarm? Lass mich in Ruhe, ihr Puppen. Lass mich in Ruhe. Wo ist die Banane? Ich brauche euch alle platt. Rosenblätter, so große. Ich glaube, ich habe es jetzt ausgemacht. Ja, Moment, ich weiß nicht, woher es kommt. Ich weiß nicht, woher es kommt. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Da. Oh Gott. Oh Gott. Es ist laut. Es ist laut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Wer macht das? Ja. Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich muss hier weg. 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 Mann, das ist doof. Da steht auch was. Da steht auch was. Ich muss nach oben. Ich habe nur noch einen Strich. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Oh Gott. Ich muss nach oben. Lass mich in Ruhe. Ich muss nach oben. Kompliment an Programmierer auf jeden Fall. Nein. Ich darf hier gar nicht schlafen. Ich habe es vergessen. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Ich darf gar nicht schlafen. Was soll ich machen? Ich muss aber schlafen. Ich muss hier schlafen. Ich muss schlafen. Ich muss schlafen. Tut mir leid, Leute. Ich muss schlafen. Oh Mama. Das ist bestimmt ein Fehler. Das ist bestimmt ein Fehler. Ja, ich höre mein Handy. Ich höre das. Ist das mein Handy? Nein. Das ist im Spiel. Ich höre mein Handy. Ich höre mein Handy. Was ist das denn? Was ist das? Hallo? Was ist das? Ach, guck mal. Das ist gar kein Mensch gewesen. Oh, jetzt schlafe ich wieder. Das war ein Hund oder sowas? Irgendein totes Tier. Ich kann hier gar nicht aufstehen. Hallo? Hallo? Oh, oh. Ist das Spiel jetzt abgestürzt? Hallo? Oder kommt jetzt irgendwas? Nein, ich muss ja hingucken. Huh? Ähm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mein Spiel abgestürzt ist. Don't sleep. Wir haben geschlafen. Also ich bin trotzdem schlafen gegangen. Da ist ja auch nichts passiert. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert. Ähm. Ja. Ähm. Ihr hattet jetzt schon mal einen kleinen Einblick in dieses Spiel. Einen kleinen Einblick. Denn, äh. Ich glaube, das war wirklich noch nicht alles. Da wird sicherlich noch was kommen. Ähm. Ähm. Ja. Das DLC möchte ich jetzt trotzdem spielen. Jetzt habe ich mich gerade wieder so ein bisschen beruhigt. Und ich muss sagen, ich finde das Spiel wirklich richtig toll. Ich finde das toll. Ich habe mich jetzt so oft erschrocken. Und das ist halt nicht so wie Slender oder so, dass man eigentlich weiß, was passiert. Man weiß absolut nicht, was hier passiert. Und ich glaube, das ist auch, ähm. Das sind, äh, das ist Zufall, äh, ich habe gerade doch ein bisschen Angst. Ähm, dass bei jedem, der da spielt, was anderes passiert. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja selber ausprobieren. Äh, ich habe es während einer Aktion gekauft. Ich hatte dann wirklich Glück gehabt, muss ich sagen. Ähm. Ich glaube, für 3,99 Euro kostet jetzt aber auch nur 7,99 Euro. Äh, lohnt sich also auf jeden Fall. Sollte man sich kaufen. Ähm. Ich glaube, da wird noch was kommen. Ich glaube, ich werde auch noch ein Part hochladen. Aber das war es jetzt erstmal. Ich gehe mich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Und, ähm, ja. Sag dann einfach mal, bis zum nächsten Mal. Und, warte, Moment, da geht die Tür auf. Kühlschrank. So. Die Tür aufgegangen. Ich sage Tschüss.